ja hallo zusammen willkommen bei einer neuen runde grimdorn rain of terror ja wir in der wüste wo es eigentlich meine da ich wollte gerade fragen muss man eben den sound bei mir etwas runterdrehen der ist ein bisschen laut also nicht die aufnahme sondern mein persönlicher sound ja wir werden uns heute wieder umschauen wir sind ja beim letzten mal irgendwie bei einer höhle angelangt wo ich aber nicht mehr reingegangen bin das hier ist die woche vor weihnachten ich nehme jetzt vier folgen heute auf und dann werden wir uns das mal anschauen ja ich hatte schon in titan quest erzählt er fällt einfach um danke genau ich hatte schon in titan quest erzählt diese woche gibt es vier folgen also sprich inklusive den heiligabend gibt es noch eine folge wobei ich glaube um 19 uhr wird keiner mehr die folge gucken aber gut es ist wie es ist ich mache hier folgen und dann ist die weihnachtswoche sozusagen schon rum ansonsten in dieser woche werde ich wahrscheinlich montag also morgen wenn ich das aufnehmen heute ist sonntag war es jetzt schon wieder auch lenkt mich doch am arsch ich habe entschuldigt ich habe nicht darauf geachtet was ja das ist jetzt so wie es ist ich werde wieder zurück müssen aber erst mal level up auch nice level 24 so dann gucken wir mal was wir treiben was gibt hier plus 8 prozent attack rating beim saucer hatte ich deutlich weiter gespielt da hatte ich jetzt chain lightning ein da hatte ich plus 30 aber plus 40 aber 60 konvenation lalala flames in the wake of this okay aber entfernen und feuer das will ich ja gar nicht das ist ja nicht so meins was ist das denn das war meine regeneration die ist aktuell nicht ganz so relevant eispolt wäre auch eine maßnahme frost nach wohnung war wäre auch eine maßnahme oder ich gehe jetzt mal hier noch mal das 58 prozent element der mensch ich weiß auch nicht was habe ich hier das flash freeze ich weiß nicht kalidos tempel ist 16 man kann das feier der mensch magic der mensch klar ich glaube ich setze in einen hier rein und dann gehe ich mal hier zwei punkte was war hier los wieso kann ich habe ich auch immer so viele punkte aber gut ich hinterfragt das nicht ich glaube das will ich gar nicht wissen schauen was wir haben ganz geischert job sieht schmerz ab und so tage mir auf 30 können das natürlich nice was die mann der chance war ich hasse diese chance vor dinger das ist so weiß ich auch nicht das ist ja nicht so meins na nicht so richtig aber leiten in der mensch hier ich weiß es gerade nicht leute eigentlich suche ich ja tendenziell eigentlich suche ich ja tendenziell na toll ich suche etwas defensiveres schimmer armer plus elf mannach aus dem namen 30 45 kultrische variation weiß ich auch nicht was haben wir hier ach ich habe mal wieder doch habe ich aber ich wollte gerade sagen ich habe mal wieder die uhr nicht gestartet ist ja so typisch für mich ich weiß es gerade nicht leute ich habe noch nie so magier ich packe mal hier ein rein der steht hier auffällig alleine okay packen wir hier zwei rein okay ich weiß nicht ob das wirklich gut ist was auf jeden fall was defensiv ist wir haben jetzt den und den also trussians lalala wo ist das jetzt hier sky art ist na es ist was verteidigen ist und roxana sky chart und jetzt haben wir hier mir auf okay wie gesagt ich habe noch nie ich habe noch nie ein noch mal ein 1 4 2 rein ich habe noch nie ein magisch also wirklich rein magier gespielt ist mein first time einer magier charakter zumindest bei grimmdorne kannst du das mal lassen da hinten ich fragte ob du das lassen kannst lass das doch mal mich hier so jetzt fängst du mich an ups falsche taste hau ab geht einfach warte mal habe ich jetzt sind das ja jetzt fängt das an ich bin vollgepackt komm und ab ja wir werden sehen wie sich das ganze macht die 6 ist der attack skill und die 5 die 6 hat auf jeden fall ist er wieder bereit ist cool down mein 100 prozent schadensabsorption ist auch eine hausnummer das muss man einfach alter was geht nie ab jetzt droppen sie gerade wieder nur goldenes zeug und ich bin vollgepackt wie das nervt wie das jetzt wohl nervt 218 ach komm ab dafür denn ich glaube das sollten wir auf jeden fall gehen das ist so ein notrettungskill den man auf jeden fall gebrauchen kann das ist auf jeden fall so notrettungskill der ist echt nice und ja ich weiß dass wir das ja alles schon erkundet haben aber hey sind noch mal eps sind möglicherweise noch mal gut haut ab schnauze deshalb ich mache mir das heute auch ganz entspannt freunde ich selbst mir heute mal keine ziele wäre schon weiß wieder ein nettes portal noch zu finden weil da hatten wir jetzt echt schon länger keins mehr noch mal ein bisschen raus nach kommt sonst wenn sie auf mich zu laufen hier ja 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 weihnachts woche heute wenn wenn diese folge kommt ist montag wir werden sehen was werden eigentlich sehen ich wollte gar nicht so ich weiß gar nicht was ich richtig sagen soll ich glaube alt werden es wirklich nicht gut da war für mich schenkt jetzt halt an oder für mich fangen jetzt drei tage an wo ich noch arbeiten muss was denn was denn was denn was ich habe mich zu werfen er könnte ruhig mal 5 löst nicht eisheit was ich weiß ja das war dass wir erst mal den skills zusammenbekommen also die mehr skills das werden finde ich das so schwieriger wird das ding zu spielen aber ich probiere sie halt aus manchmal kann man denn mit den skills ist auch übertreiben da werde ich mir sowieso dann im grundsatz die besten raus und hier waren wir drinnen nachhine hier kommen wir gar nicht rein also von daher können wir nicht drin gewesen sein da muss auf jeden fall können für den aoe muss da mehr der match rein ich finde ihn für den aoe hat er auch eine relativ kleine reichweite kann man das mal lassen blaues zeus packe ich jetzt in dieser folge einfach mal nicht ein der fief wie verbringt ihr die tage vor weihnachten hat urlaub oder alter gehen wir nicht auf dem senkel hier ja wie schon erwähnt habe ein urlaub beginnt jetzt am mittwoch dann ja ja klar hallo 3 ok wenn man eine woche nicht aufnimmt ist das schwierig und hier müsste dann der kettenblitz gewesen sein wird testen oder auch nicht war dann hier der kettenblitz doch hier war chain leid denkt ja eindeutig ok ja bei mir fängt der urlaub am mittwoch an ein tag vor heilig abend schild haben wir da noch irgendwas hier kommt ab bringt einfach auch mehr kohle ich werde jetzt gleich leisten die 15 minuten ja schon wieder vorbei ich werde gleich mal müssen glaube ich doch darunter und zu dieser komischen höhle wo beim letzten mal gewesen sind wo ich nicht reingegangen bin weil die zeit einfach rum war da gehen wir jetzt mal hin also ist dieser weg soweit richtig ja ich werde gleich in der aufnahme pause mal im verticken gehen und die kiste packen das mag ich ja im gegen also das ist ja etwas was sie an teilt ist gar nicht mag der fehlende kiste platz muss man mal so sagen alter wo ist denn dieser boss arsch muss man eben weg bis ich da kann teilen dann wo ist hier ein baustausgaben so eine video ok kann ich mir das weiß was blaues da es war ja mal toll da freuen wir uns ja glatt mehr oder weniger der weniger als mehr aber gut so leute entspannt euch ok lieben dann nach beendet ich diese folge für heute wir gucken mal in der nächsten folge wie es weitergeht ich bedanke mich für zuschauen und sage lasst ihr mich jetzt mal die folge werden danke und ja ich wünsche euch noch einen wunderschönen montag auf montagabend vielleicht guckt den stream vorbei heute abend ich denke halt neun bisschen cyberpunk zocken ich sag mal bis denn dann tschüss